Das ist dieser stille Junge, das ist dieser stille Lutscher. Direkt so. Oh nein, das ist der wirklich, oh nein. Ich hab gebetet, dass ich den nicht treffe. Dann verlass doch. Mein Gott, Scheiße, Scheiße. Niemand mag dich, niemand mag dich. Danke für die Anfrage. Ach, alles gut, ihr seid nett. Und wieso wurde ich ein Fan? Ich hab dich aus Versehen eingeladen. Wieso ladest du mich nicht ein? Wieso soll ich dich einladen? Ja, wieso nicht? Hä, wieso soll ich dich einladen? Ich hab dich doch geedit. Ja, wieso nicht? Irgendwie könnte ich der Typ auch ein bisschen komisch sein. Ich bin komisch, weil ich ihn nicht einlade. Wow. Nicht nur das, Digga, weil du irgendwie was laberst, Digga, was gar keinen Sinn macht. So, wir löschen den wieder als Freund. Löschen wir doch. Wird doch egal, Digga, mir hat schon mal ein Zugo geedit. Ich hab gar nichts gemacht, nur weil ich ihn wieder entfernt hab, weil ich ihn aus Versehen eingeladen hab. Der war voll nett am Anfang. Bis du mich dann eingeladen hast, wie du ihn entfernt hast. Ja, ich hab dich aus Versehen eingeladen. Hm, aus Versehen, genau. Aus Versehen eingeladen. Hm, aus Versehen, genau. Wie kann man jemanden aus Versehen eingeladen? Ich wollte dich dumm schalten. Okay, dann bist du falsch, wie schon, aber kannst du mich dann trotzdem adden? Vielen Dank.